Drei Wohnungen, 14 Einstellhallenplätze, 10 Kellerabteile. Das alles an der Kratzikstrasse 69 in Spiez. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Patrick Gerber von der Villa Gasa AG in Spiez. Ihr seid auf der Suche nach einem Investitionsobjekt. Dann haben wir genau die richtige Liegenschaft. Mit einer 6,5 Zimmer Dachwohnung und einer 4,5 sowie 2,5 Zimmer Wohnung im Erkschoß könnt ihr alles auf dem Markt anbieten. Mit den grossen Werkräumen und den Kellerabteilen könnt ihr an einer Firma einen neuen Firmasitz ermöglichen und gerade die passenden Einstellhallenplätze anbieten. Ihr wollt selber in der Dachwohnung leben? Kein Problem. Läht euren Wohntrunk durch die restlichen Räumlichkeiten mitfinanzieren. Für mehr Informationen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Für mehr Lebensqualität und euren Wohntraum, Villa Gasa AG. Mein Name ist Patrick Gerber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 de ZDF für funk, 2017 Für mehr Informationen und die Ausatmen,llen Wohntraum, zu befreuten. Für mehr Informationen und die Ausatmen,llen Wohntraum, im Jahres βα CHEERING,